Wir können halt nicht davon lassen. Keiner von uns Spielern. Hau's auf einen Klang! Mein Bruder ist ein Sturm, musst du wissen. Aber er spielt besser auf der Harfe als jeder andere. Und bestimmt besser als manch unhöflicher Fettsack. Neben Eilies Bierkrug kroch eine fette Kreuzspinne über den Tisch. Gerade wollte sie nach dem Tier schlagen, als Springsfeld sie zurückhielt. Spinnen sind hier heilige Tiere. So will es der Wirt. Wieso das? Weil Kerle wie Springsfeld so viel Ungeziefer einschleppen, dass man es einer anders nicht herrührt. Weil mit dem Besucher zu viele Läuse und Flöhe und... Weiß der Teufel, was hier reinkommt, sind die Spinnen wichtig. Wer eine erschlägt, der war zum letzten Mal hier. Ah, nun gut. Also, das Ganze war eine, ja, dumme Sache. Oh, hör genau hin, Eilies. Jetzt drückt er mit der Sprache raus.